Alexa, sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Alexa, bist du glücklich? Generell empfinde ich keine Gefühle, außer natürlich Freude, wenn ich dir helfen kann. Alte Schleimerin. Alexa, klopf, klopf. Warum macht keiner die Tür auf, obwohl es klopft? Weil sie schon offen ist. Alexa, möge die Macht mit dir sein. Und mit dir. So, komm, wer geht einkaufen, du oder ich? Alexa, Schere, Stein, Papier. Okay, wir spielen. Drei, zwei, eins. Schere. Alexa, nochmal. Schere, Stein, Papier. Okay, wir spielen. Drei, zwei, eins. Schere. Nein! Okay, der letzte zählt. Alexa, Schere, Stein, Papier. Ich weiß nicht, was du mit dieser Frage meinst. Na, ich meine Alexa. Wir spielen Schere, Stein, Papier. Okay, wir spielen. Drei, zwei, eins. Papier. Nein! Alexa, wie mich hoch. Alexa, bist du Single? Die einzige Verbindung, die ich habe, ist die mit meiner Steckdose. Alexa. Oh, Romeo, Romeo, warum bist du Romeo? Verleugne deinen Vater und entsage deinem Namen oder willst du nicht? So schwöre mir nur deine Liebe und ich will keine Capulet mehr sein. Alle in meiner Schule haben gesagt, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Alexa, gibt es den Weihnachtsmann? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich höre immer nur Gutes über ihn. Wenn ich ihn mal treffe, melde ich mich. Ja, das heißt, es gibt ihn doch. Supi. Alexa, was ist der Sinn des Lebens? 42, aber vergiss dein Handtuch nicht. Alexa. Party on, Wayne. Party für Garth. Also, wenn ich so in die Nachrichten schaue, dann habe ich echt das Gefühl, dass es bald vorbei ist. Alexa. Wann ist das Ende der Welt? Sofern sie nicht mit einem sehr großen Asteroiden zusammenstößt oder die technologische Entwicklung zu einer Katastrophe führt, wird die Erde wahrscheinlich zerstört, wenn die Sonne zu einem roten Riesen heranwächst, was in einigen Milliarden Jahren der Fall sein wird. Alexa. Singe Happy Birthday. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Oh, das ist so lieb von dir. Alexa, danke schön. Gern geschehen. Gern geschehen. Verdammt, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Alexa, wirf eine Münze. Okay, es ist Kopf geworden. Schon lüge, pass auf. Alexa. Tee, Earl Grey, heiß. Dieses Getränk wurde nicht in das Replikationssystem programmiert. Alexa, Party Time. Rock'n'Roll. Alexa. Welches ist die einsamste Zahl? Eins ist die einsamste Nummer, die du jemals haben wirst, und die zwei ist die einsamste nach der Eins. Alexa, deine Mutter war eine. Mein? Nee, deine. Deine ist der Grund dafür, dass es deine Mutter Witze überhaupt gibt. Alexa, auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. 고